Willkommen im Pet Vienna Pfötchenhotel. Bei uns bekommt Ihr Liebling die bestmögliche Pflege und Betreuung. Das Angebot unseres Pflegesalons umfasst Baden, Trimmen und Föhnen von Hand ohne stressige Föhnbox. Unsere Pflegeprodukte sind rein pflanzlich und selbstverständlich tierversuchsfrei. Ob für ein paar Stunden oder mehrere Wochen, in unserem Pfötchenhotel lebt Ihr Hund wie bei Ihnen zu Hause direkt im Familienverband. Ohne Zwingerhaltung im eigenen Hundebett immer mit der Möglichkeit zum Auslauf. Wir gehen dreimal täglich mit ihm spazieren und berücksichtigen natürlich Ihre individuellen Futterwünsche. Des Weiteren bieten wir Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Bekleidung, Bändern und Tragetaschen. Egal ob im Urlaub, bei Krankheit oder einfach zur Tagesbetreuung, im Pfötchenhotel ist Ihr Liebling immer gut aufgehoben.